Hallo, du wundervolle Seele! Ja, das blockiert deine spirituelle Entwicklung, was meine Beobachtungen sind. In der Heileausbildung, wo ich schon wirklich sehr viele Menschen ausgebildet habe, die immer an dem gleichen Punkt am Anfang stehen, wo sie eine große Blockade fühlen und wahrnehmen und sie alleine oft nicht überwinden können. Und um das Ganze eben jetzt zu verkürzen oder zu ersparen, braucht es eben oft einen Mentor, einen Lehrer, der dir genau sagt, ja da jetzt mehr rein oder da weniger, aber ich versuche das jetzt mal hier zu erklären, was dich am meisten blockiert, okay? Ja, fangen wir mal mit einem konkreten Beispiel an. Wenn es darum geht, eine spezielle Übung oder Heiltechnik zu erlernen oder vielleicht auch eine gewisse Wahrnehmung, da tiefer einzutauchen, dann kommt meistens gleich im Anschluss daran oder während dieser Übung der innere Zweifler, der dann aktiv wird, der dir dann einredet wie, ja spinnst du jetzt, redest du das jetzt ein oder ist das jetzt so, weil der Ralf dir das erklärt hat oder ja, also ich weiß nicht, darauf darf ich lieber nicht vertrauen, ja? Jetzt spinne ich, jetzt drehe ich ab und solche Sachen. Also das sind diese inneren Dialoge, die am Anfang ganz laut sind, wenn der Verstand aktiv bei den Übungen dabei ist. Und da jetzt erstmal zu lernen, dass du mehr bist als dein Verstand, dass der Verstand während diesen Übungen Pause hat, dass der Verstand in dem Moment einfach mal auf die Seite gelegt werden darf und danach kann er ja wieder als Berater zur Seite stehen, denn es ist ganz wichtig, dass man diese Grundeinstellung bekommt, wir haben einen Verstand, sind aber nicht der Verstand. Und uns ist in der Vergangenheit oft beigebracht worden, dass wir der Verstand sind, dass wir uns quasi dem Verstand mehr oder weniger unterordnen und alles, was der Verstand uns einredet, quasi das sollten wir auch befolgen. So einfach, ja? Und jetzt geht es darum, diesen Switch, diese Veränderung zu schaffen, dass du ja mehr bist als dein Verstand und deswegen ist der Verstand immer ein guter Berater, aber ein schlechter Herr. Dein Herz weiß viel mehr, als dein Verstand sich jemals vorstellen kann und dein Herz nimmt viel mehr wahr, als dein Verstand sich das vorstellen kann. Und es ist manchmal auch so, wenn du Dinge erlebt hast, wo du komplett emotional dabei warst, das kann auch im physischen Leben gewesen sein, das können auch andere Dinge gewesen sein, also auch spirituell vielleicht eine Session, wo du bekommen hast oder eine Zeremonie, wo du vielleicht mit daran teilgenommen hast und dann versuchst du es einem anderen zu erklären und dann wirst du feststellen, wie begrenzt die Sprache ist, das ausdrücken zu wollen, was man kaum in Worte fassen kann, würde ich so beschreiben. Und an dem Beispiel will ich dir nochmal klar machen, der Verstand hat seine Grenzen, er ist ein guter Berater, aber wie schon gesagt, ein schlechter Herr. Dass man hier sagt, okay, jetzt momentan hat mein Verstand Pause und das ist die erste Aufgabe, die ich meinen heiler Schülern immer gebe, dass in dem Moment, wenn ich dann auch Dinge erkläre, also ähnlich wie das, was ich jetzt hier erkläre, dass der Verstand mal hier mal kurz Pause hat und ihr jetzt euer Herz dafür öffnet und fühlt, wahrnehmt auch mit euren gesamten Sinnen, was es mit euch macht, wenn ich das erzähle. Denn die Wahrheit, sage ich immer, schwingt viel tiefer als nur das, was du mit dem Verstand wahrnimmst. Und wenn du dich dafür öffnest, lässt du das quasi in deine Zelle des Körpers mit eintauchen, sozusagen, und dann kannst du das einfach noch tiefer verinnerlichen, was für dich vielleicht auch als neue Wahrheit in deinem Leben mit integriert werden kann, würde ich so beschreiben. Letztlich sucht der Verstand nach Beweisen, dass es funktioniert, nach Bestätigung, dass diese neue Wahrheit auch wirklich Gültigkeit eben hat. Und wenn du ein Stück für Stück diese Beweise im Außen sammelst, das heißt, wenn du Übungen machst und du bekommst quasi auch das Feedback von anderen, dass deine Wahrnehmung, das, was du wahrgenommen hast, auch wirklich exakt stimmt, dann wird sich dein Verstand dafür auch noch mehr öffnen und nicht mehr das in Frage stellen, was du am Anfang in Frage gestellt hast. Also diese Sicherheit kommt erst, je mehr du eintauchst in die Umsetzung. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du einen Lehrer hast, der dich darauf auch hinweist und dir ab und zu mal den Impuls gibt, Moment, Moment, jetzt mach mal hier Pause. Der Verstand versucht zu sehr zu bewerten. Lass es einfach mal so geschehen und lass dich nur mal auf den Prozess ein und du kannst gerne danach den Verstand wieder bewerten lassen. Aber während der Übung und während diesen verschiedenen Sachen, die es da eben zu lernen gibt, gilt es erst mal, sich einfach nur komplett darauf einzulassen. Ja, und dann entsteht oft ein sogenanntes Referenzgefühl. Wenn du einmal ein Gefühl wahrgenommen hast, dass das auch gestimmt hat, dann weißt du und fühlst du, dass es genau in diese Richtung beim nächsten Mal wieder geht. Und intuitiv hast du dann ein Wissen, ein Zellwissen würde ich so beschreiben, weil du es fühlen kannst, in welche Richtung du deine Wahrnehmung lenkst, damit du da auch eben tiefer vordringen kannst. Und was wir auch als Problem haben, das ist auch gekoppelt mit unserem Verstand, dass wir oft zu ungeduldig sind mit unserer eigenen Entwicklung und meinen immer, das ist aber wie schon gesagt, das kommt vom Verstand, dass wir von heute auf morgen die spirituellen Meister und was auch immer was, welche Fähigkeiten dann von heute auf morgen dann eben da sein müssen. Das ist aber nicht so. Und zwar stell dir mal vor, das ist so ähnlich, wie wenn du weiter auf die Schule gehst. Du hast vielleicht gerade mal die Grundschule jetzt hinter dir und würdest vielleicht jetzt aufs Gymnasium gehen. Du weißt ja, wer auf dem Gymnasium war, welche Dinge da eben noch zusätzlich beigebracht werden. Und dann erwartest du von dir, wenn man das jetzt überträgt, auf diese Fähigkeiten, weil du lernst ja auch neue Fähigkeiten, neue Wahrnehmung und darauf aufbauend eben gewisse Dinge umzusetzen. Also wie wenn du weiterhin zur Schule gehst und du erwartest jetzt von dir, dass du gerade mal aus der Grundschule herauskommst und dann von heute auf morgen quasi innerhalb von einer Woche, als Beispiel nur mal, alles können willst, was jetzt ein Gymnasiast, würde ich so beschreiben, eben kann. Ja, gib dir Zeit. Das ist ein Prozess. Das heißt, du gehst zur Schule, du lernst deine Wahrnehmung zu vertiefen, du lernst deine Fähigkeiten immer mehr und mehr und damit auch dein Vertrauen diesen Fähigkeiten gegenüber und dann die Verbindung zur göttlichen Welt, die dann immer intensiver wird und so weiter. Das heißt, diesen Prozess darfst du vertrauen und gib dir dann Zeit und ich kann dir wirklich sagen, innerhalb von einem halben Jahr, dass es möglich ist, dich so zu verändern, wie es sich dein Verstand, und jetzt kommt der Verstand wieder, sich nicht vorstellen kann. Dass du ganz selbstverständlich mit diesen Energien arbeitest, dass du ganz selbstverständlich alles auch so wahrnimmst, weil du ja jetzt schon die Wahrnehmung hast. Du kannst es aber nur nicht richtig einordnen und brauchst eben entsprechende Führungen, die oft eben blockiert ist. Ja, und wenn dich das jetzt anspricht und du möchtest tiefer in die Selbstheilung oder sogar in die Heilerausbildung eintauchen, dann klick einfach unten auf den Link und mein Team und ich führen ein kostenloses Klarheitsgespräch, um festzustellen, ob das auch genau das Richtige für dich ist. Und wenn du mehr Einblicke in meine Tagesroutinen oder auch mehr Impulse von mir haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.